Gliederung, I-Einleitung, Einführung des Themas Cannabis und die Schau Christi-Ankündigung der Erklärung aus. Sichtweise von einem Kurs in Wundern, die, warum Cannabis nicht die Lösung ist, um in die Schau Christi zu kommen, Betonung der Bedeutung von Klarheit und Bewusstseinerklärung, wie Cannabis das Bewusstsein trüben und die Klarheit mindern kann. Verweis auf die Notwendigkeit eines klaren Verstandes für die Schau Christi-Trey, warum Cannabis nicht die Lösung ist, um die Schau Christi zu halten, sondern eher das Gegenteil. Herausarbeitung der Instabilität und Unbeständigkeit unter dem Einfluss von Cannabis. Verweis auf die Herausforderung, die Schau Christi in einem beeinträchtigten Zustand aufrechtzuerhalten, Betonung der Wichtigkeit von Stabilität und Konsistenz in der spirituellen Praxis i.V. Schlussfolgerung Zusammenfassung der Argumente gegen Den Gebrauch von Cannabis im Zusammenhang mit der Schau Christi-Betonung der Bedeutung von Klarheit Instabilität und Bewusstsein in der spirituellen Praxis Anregung zur Suche nach alternativen, förderlichen Praktiken für die Schau Christi Warum Ist Cannabis auch nicht die Lösung, um in die Schau Christi zu kommen oder sie zu halten, sondern eher das Gegenteil. Erkläre aus der Sichtweise von einem Kurs in Wundern Liebe Freunde, es ist wichtig, über die Verwendung von Cannabis in Verbindung mit der spirituellen Praxis der Schau Christi aus der Sichtweise von einem Kurs in Wundern zu reflektieren. Denn obwohl einige Menschen glauben, dass Cannabis ihnen helfen kann, in die Schau Christi zu kommen oder sie zu halten, argumentiert Ein Kurs in Wundern. Genau das Gegenteil. Warum ist Cannabis nicht die Lösung, um in die Schau Christi zu kommen? Ein wesentlicher Aspekt der Schau Christi ist Klarheit und Bewusstsein Cannabis kann, jedoch das Bewusstsein trüben und die Klarheit mindern. Dies kann die Fähigkeit beeinträchtigen, die Schau Christi zu erleben und zu verstehen. Ein klarer Verstand ist daher entscheidend für den Zugang zur Schau Christi. Des Weiteren ist Cannabis auch nicht die Lösung, um die Schau Christi zu halten, sondern eher das Gegenteil. Der Einfluss von Cannabis kann Instabilität und Unbeständigkeit verursachen, was die Aufrechterhaltung der Schau Christi erschweren kann. In einem beeinträchtigten Zustand ist es herausfordernd, die Schau Christi zu konsistent und nachhaltig zu erleben. In der Schlussfolgerung betonen wir die Bedeutung von Klarheit, Stabilität und Bewusstsein. In der spirituellen Praxis ist es wichtig, alternative, förderliche Praktiken für die Schau Christi zu erforschen, an die diese wichtigen Elemente unterstützen insgesamt, verdeutlichen diese Sichtweise und Argumente aus einem Kurs in Wundern, dass Cannabis nicht die Lösung ist, um in die Schau Christi zu kommen oder sie zu halten, sondern eher das Gegenteil. Vielmehr ist es wichtig, sich auf klarere und stabilere Wege zu konzentrieren, die zu einer tieferen Erfahrung und Verständnis der Schau Christi führen. Vielen Dank.